Hallo, mein Name ist Johann Martin. Ich bin staatlich anhand der Diplom-Sportlehrer, Gewichtheben und Kettelbill-Trainer. Außerdem bin ich offizieller EUKL-Ausbilder für Kettelbill-Sport. Ich werde Ihnen bei Perform Better Summit das Thema Kettelbill-Sport näher vorstellen. Was ist Kettelbill-Sport? Was bringt regelmäßige Training? Welche Sportarten ziehen besondere Vorteile aus Kettelbill? Wie lernt man das Stoßen und Reißen? Worauf soll man besonders achten beim Erlernen von Technik? Welche Gefahr besteht bei falscher Technik und Methodik? Sie werden fast alle 90 Minuten ganz schön schwitzen, weil um richtig zu verstehen, warum es geht, müssen Sie erst einmal Erfahrungen über den Bewegungsablauf sammeln. Ich hoffe auf gute Zusammenarbeit und ich denke, Sie werden von meiner mehr als 50-jährigen Erfahrung mit Kettelbill-Sport profitieren. Vielen Dank. Vielen Dank.